Wie wirkt sich eine rein pflanzliche Ernährung auf unser Körpergewicht aus? Ein internationales Forschungsteam hat genau diese Fragestellung genauer untersucht. Zwar ist bekannt, dass durch vegane Ernährung, wenn man nicht darauf achtet, wichtige Nahrungskomponenten fehlen können. Aber laut der Studie kann eine vegane fettarme Ernährung tatsächlich gesund sein und man nimmt auch noch dadurch ab. Clixoom Science & Fiction, hier gibt's täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's! Herzlich Willkommen! Ob man Fleisch isst, sich vegetarisch oder rein vegan ernährt, hat nicht nur etwas mit moralischen Werten zu tun. Denn nicht nur das Wohl der Tiere leidet unter dem massenhaften Fleischkonsum, sondern auch das Klima. Eine große Studie hat erst vor kurzem gezeigt, dass die fünf weltweit größten Fleisch- und Molkoreikonzerne für mehr Treibhausgasemissionen verantwortlich sind als jeweils einer der größten Ölkonzerne dieser Welt. Wir hatten darüber ausführlich berichtet hier bei Clixoom Science & Fiction. Doch bei der Entscheidung für oder gegen eine bestimmte Ernährungsart spielen natürlich auch die Vor- und Nachteile für den eigenen Körper eine entscheidende Rolle. Und hierzu gibt es einen richtigen Dschungel an Studien, die es gar nicht so einfach machen, sich einen Überblick zu verschaffen. Fachleute weisen darauf hin, dass bei einer reinen veganen, also pflanzlichen Ernährung, die Herausforderung besteht, den Körper mit bestimmten Nährstoffen zu versorgen. Das ist also wichtig, sich im Vorfeld zu informieren und beispielsweise reichlich Hülsenfrüchte zu sich zu nehmen, um den Körper mit Eisen zu versorgen. Außerdem Lebensmittel mit zusätzlichem Vitamin B12, wie beispielsweise Frühstückscerealien oder Hefeextrakt-Aufstriche, die ja sowieso das Vitamin B12 enthalten. Doch dieser minimale Aufwand lohnt sich wohl nicht nur im Hinblick auf das Klima und unsere Umwelt, sondern auch im Hinblick auf unsere eigene Gesundheit. Eine Studie, die jetzt auf der Jahrestagung der European Association for the Study of Diabetes vorgestellt wurde, bestärkt dies. Das Forschungsteam ist von der Organisation mit der Bezeichnung Physicians Committee for Responsible Medicine . Mehrere tausend Ärztinnen und Ärzte haben sich hier zusammengeschlossen und setzen sich unter anderem für eine pflanzliche Ernährung ein. Zudem kümmern sie sich um Alternativen zu Tierversuchen. Bei der aktuellen Studie hatten knapp 150 fettleibige und übergewichtige Erwachsene mitgemacht. 16 Wochen lang ernährte sich die Hälfte von ihnen vegan und fettarm. Das Ergebnis ist eindeutig. Diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten bei der abschließenden Untersuchung deutlich an Gewicht verloren. Zwei Drittel des verlorenen Gewichts bestand dabei aus Körperfett. Das Autorenteam schiebt dieses Ergebnis auf die Veränderung im Verdauungssystem. Denn die Untersuchungen zeigten, dass die Anzahl von gesunden Darmbakterien bei den Veganern deutlich höher war als bei den Nicht-Veganern. Dies begünstigt laut der Fachleute aber nicht nur die Darmgesundheit selbst, sondern schützt auch vor anderen Krankheiten wie etwa Diabetes. Dazu Hanna Kallehofer, die an der Studie beteiligt war. Eine pflanzliche Ernährung mit reichlich Ballaststoffen verändert die Zusammensetzung des Darmmikrobioms zum Positiven, indem sie die richtige Art von Bakterien ernährt. Konkret geht es um die Darmbakterien mit der Bezeichnung Bakteriodetes, die vor allem bei den veganen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu finden waren. Diese werden oft auch als Schlankmacher-Bakterien bezeichnet. Da sie die aufgenommene Nahrung nicht besonders fein säuberlich auftrennen, ziehen sie weniger Kalorien aus der Nahrung heraus. Sie lieben ballaststoffreiche Lebensmittel wie Vollkornprodukte, Obst und Gemüse und vermehren sich bei dieser Art von Ernährung mit rasanter Geschwindigkeit. Ähnlich ist es mit der Bakterienart namens Phetsalibacterium prausnicii. Auch diese leben von den Ballaststoffen, die in pflanzlichen Produkten enthalten sind. Diese Bakterien sollen nicht nur vor Darmerkrankungen schützen, sondern werden auch mit einer Gewichtsabnahme in Verbindung gebracht. Konkret sollen Phetsalibacterium prausnicii die sogenannte Inulin-Empfindlichkeit verbessern. Auch bei Inulin handelt es sich um einen Ballaststoff, der in bestimmten Pflanzen wie beispielsweise Pastinaken eingelagert wird. Im menschlichen Körper soll er eine gesunde Darmflora fördern und die Verdauung aktivieren. Die Bakterienart Phetsalibacterium prausnicii ist somit wichtig für einen gesunden Stoffwechsel. Eine wichtige Voraussetzung für die Gewichtsabnahme und die Reduzierung des Körperfetts. Weitere Studien sollen jetzt folgen, um die fettarme vegane Ernährung mit weiteren Ernährungsformen zu vergleichen, beispielsweise mit einer fettreichen veganen Ernährung, aber auch mit der sogenannten mediterranen Ernährungsform. Mehr Schlaganfälle durch vegane und vegetarische Ernährung anklicken, anschauen und klick zum Nature abonnieren. Da gibt es noch weiteres mehr Videos rund um Natur und Umwelt. Also unbedingt anschauen und abonnieren. Bis dann, bleibt dran!